In diesem Video geht es um die Frage, wie ich mithilfe von PowerPoint Präsentationen, Vorträge oder Vorlesungen aufzeichnen kann, um sie Lernenden als Video zur Verfügung zu stellen. Ab Office 2010 ist es möglich, ohne zusätzliche Software direkt aus PowerPoint heraus ein Video aufzuzeichnen. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Aber zuerst erstelle ich kurz eine Präsentation. Um eine Bildschirmpräsentation in PowerPoint aufzuzeichnen, klicke ich zunächst oben auf Bildschirmpräsentation, dann auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Hier gibt es noch die Möglichkeit auszuwählen, ob ich aus der aktuellen Folie heraus oder von Anfang an aufzeichnen möchte. Ich klicke jetzt mal auf von Anfang an aufzeichnen. Nun befinden wir uns in der Aufzeichnungsansicht. Ich kann jetzt hier mithilfe der Pfeile rechts und links die Folien hin und her schalten. PowerPoint bietet mir hier die Möglichkeit, vor oder auch während der Aufzeichnung mithilfe verschiedener Stifte und Markierer Dinge in Folien einzuzeichnen bzw. zu markieren. Diese kann ich auch problemlos wieder wegradieren. Hier oben gibt es die Möglichkeit, ein paar Einstellungen vorzunehmen. Beispielsweise ist es wichtig zu prüfen, wenn mehrere Mikrofone angeschlossen sind, dass für die Aufnahme auch das richtige Mikrofon ausgewählt ist. Das gleiche gilt ebenfalls für etwaige angeschlossene Kameras. Es ist möglich, sich das Kamerabild bei der Aufzeichnung mit anzeigen zu lassen. Wenn Sie die Aufzeichnung starten wollen, klicken Sie hier oben auf den Aufnahmebutton. Dann läuft ein Countdown runter und nun wird alles, was ich sage, zu den jeweiligen Folien aufgezeichnet. Das heißt, ich klicke die Folien durch, kommentiere und mache meine Notizen oder Markierungen. Wenn ich über die letzte Folie hinausklicke, kommt ein schwarzer Bildschirm und die Aufzeichnung wird automatisch beendet. Nun habe ich die Möglichkeit, die Aufzeichnung, wenn sie mir nicht gefallen hat, hier oben zu löschen und wieder von vorne zu beginnen. Oder ich schließe einfach das Fenster und komme wieder in die gewohnte Bearbeitungsansicht von PowerPoint. Was man nun sehen kann ist, dass bei jeder Folie unten rechts ein Lautsprechersymbol erschienen ist. Wenn ich mit dem Mauscursor über das Lautsprechersymbol gehe, erscheint ein Player. Das heißt, ich kann mir zu jeder Folie noch einmal genau einzeln anhören, was ich zu dieser Folie gesagt habe. Wenn ich damit soweit zufrieden bin, kann ich nun die Videodatei erstellen. Dafür gehe ich oben auf Datei, auf Exportieren und kann hier nun auswählen, ein Video zu erstellen. Hier kann ich noch einzelne Einstellungen zur Qualität bzw. Auflösung der Videodatei vornehmen. Ich würde Ihnen empfehlen, das Video in Full HD 1080p zu exportieren. Dann klicke ich auf Video erstellen. Dann muss ich noch auswählen, wo das Video gespeichert werden soll und kann auf Speichern klicken. Sollte die Videodatei aufgrund der Länge Ihrer Präsentation zu groß werden, können Sie die Auflösung beispielsweise auf 720p verringern, sodass die Videodatei weniger Speicher beansprucht. Bedenken Sie aber, dass dann aber auch die Bildqualität des Videos abnimmt. Je nachdem, wie lang die Präsentation ist, benötigt PowerPoint auch entsprechend Zeit, die Videodatei zu erstellen. Ist das Video fertig erstellt, kann ich nun den Dateimanager öffnen, den Ordner aufrufen, einen Doppelklick auf die Datei machen und sie wird abgespielt. Mit allen Kommentaren, Markierungen genau auf die Art und Weise, wie wir es aufgezeichnet haben.